hallo und herzlich willkommen zu meinem 19. Let's Play. Ja, wir waren ja dabei hier mal ein bisschen Ordnung zu schaffen und die Kisten abzubauen und umzubauen. Jetzt muss ich erstmal kicken, wo sind eigentlich meine Kisten hin? Die Kisten abgebaut, weg sind sie? Wenn man mich rollt. Ah, da sind sie jetzt auch drin. So, das muss ich auch mal weg. Nein, Leute, wir machen das so. Wir stellen... Oh, wie funktioniert das mit dem Blöck und gerade nicht so, wie können. Und hier oben, die müssen wir nur aufmachen können oder? Nein, die kann man nicht aufmachen. Das heißt, ich muss noch eine Etage tiefer hin. Wo ist das? So. Jetzt noch mal eine Etage tiefer. Haben wir irgendwo was zum Hacken? Äh, Steine zu kloppen? Ne, haben wir nicht. Wo müssen wir hin? Das ist hier. Vielleicht muss man mal den Samsung-Punkt hier verschwinden lassen erstmal nach oben. So. Ich bin schon gestört gerade. So, ja. Wir richten mal unseren Keller hier ein. Und ich habe festgestellt, so bin ich platz. Mal gucken, ob das so reicht. So. Ich würde jetzt nämlich sagen, ich mache hier zwei Tonen hin. Nicht auf. Nicht auf. So. Dann lasse ich ihn frei. Und dann meint auch mal zwei Tonen hin. Dann können wir noch mal eins frei lassen. Jetzt sieht er nämlich aus, als wäre ein Regal. So. Ich würde jetzt mal sterben. Weil du halbes Hähnchen. Nein, das ist auch nicht. Kann ich da hin machen. Damit ich das... Inzwischen sind wir beim 19. Let's Play. Okay. Hat die Klopik aber schon gesagt. Oder? Die kommenmäßig. Können wir ja mal... Das machen wir mal hier. Und jetzt mal hier. Ich glaube, das können wir so machen. Hier noch etwas verschwinden, damit wir etwas nicht nehmen können. So. Mal von beiden angucken. Sieht so aus, als wäre es mir egal. Gott, wahr. Schon immer am Boden. Gefällt mir. Ja, ich würde halt jetzt unterschiedlich Kisten logischerweise sagen für... mehrere Sachen. Damit es halt schön ins Muster passt. Und das ist halt was macht uns jetzt auch mal darum kümmern, den Keller irgendwie ein bisschen auszubauen. Solltet ihr übrigens ein bisschen Musik hören. Dann kommt die nicht von mir. Das sind meine werten Nachbarn. Die feuern schon seit Stunden eine Party. Wie sieht das aus, was jetzt da drin noch. Solltet ihr noch mal ein bisschen Durst? Sollt. 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 Das ist permeier gut. Sollt er mir honorieren? Werzeug. 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 weg. Die sind auch meine. Dann war er oben. Das ist immer noch mal ein Kühler. Das war's für heute. Das sieht schnuckelig aus. Wie ist es? 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 Der Keller soll man ja auch sonst nicht mehr sagen lassen. Dann machen wir jetzt hier Kies. Hier haben wir. Dann nehmen wir hier. Dann nehmen wir jetzt dieses. Das müssen wir gleich sortieren. Dann nehmen wir hier. Birkenholz. Da haben wir. Und da drüben haben wir auch schon. Hier hatten wir Waffe und so. Hier hatten wir. Huch, hu, 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 hu. Hier haben wir. Hier haben wir. Hier. 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 Hier haben wir. Hier haben wir. Dann. Hier haben wir. und hier auch und dann hier noch zwei und dann bleibt noch zwei übrig so eine decke und hier eine kiste zu bauen und dann vorschlagen wir noch mal eine etage tiefer also wir bauen jetzt hier mal ich brot definitiv noch holz jetzt die nimmer so Ich muss alles erstmal mitnehmen. Eigentlich wollte ich ja vom Glashaus das Dach machen, kümmern uns aber mal ein bisschen später drum. Ich finde der Keller ist wichtiger, erstmal und dann mal gucken, wie ich die Einrichtung da ein bisschen schöner machen kann von dem Haus, dann kümmern wir uns halt erstmal und dann machen wir das erste Haus. Und dann können wir mal gucken, ob wir... im Zwetenhausenkeller brauchen oder... wenn man sagen, Öl braucht man nicht. Oder eine Stadtmauer oder so. Oh. 0.15, meine Nachbarn geben in sich Ruhe. Oh, da ist die Polizei schon da gewesen. Ich war so nervt, da habe ich die Polizei an. Die rufen uns, habe ich gesagt, Leute, Big Party bei meinen Nachbarn. Sind ja keine Nachbarn, die gerade neben mir wohnen. Sondern irgendwie eins weg, qua Straßen weiter. Aber halt so überhaupt die Mucke, dass man halt sagen konnte, ey Leute, das geht doch auf keine Hund, oder? So, da meine Frau und mein Kind schon schläft, hatte ich auch keine Lust, da jetzt irgendwo suchen zu gehen, wer da nun ist. Logischerweise, ne? Muss man sich sowas auch nicht gefallen lassen. So. Jetzt haben wir ein bisschen Birke mitgenommen. Und jetzt, machen wir es nochmal. 1, 2, 3, 4. Da hat sich irgendwo hier Birke mitgenommen gemacht. Nein, das ist der. Genau, die brauchen wir auch. Das ist voll. Der, der, der haben wir hier. So. Na. Da muss man Kraft-Table, das habe ich doch hier auch, wo man den eigentlich nicht hier hingestellt. Da kann ich ja hier ein Kraft. Das Ding kann ich denn. Ops, mein Akku. Mein Akku stirbt gleich ein Helden tot. Das ist gut. Wo liegt das denn jetzt? wird er noch mal vielleicht noch mal und jetzt was wir uns noch mal an der kiste und dann liegt der meinung erstmal die zeit ist um muss später noch mal eine etage tiefer dabei sein im nächsten let's play hola So, jetzt machen wir das mal weg, wenn wir jetzt erstmal hinkommen. So, dann kommen wir da raus, können wir hier rumgehen, dann könnten wir eine Treppe bauen. Wie gesagt, ich kümmere mich später rum, bis zum nächsten Let's Play Nummer 20.